Die Mannschaft ist sehr fokussiert, sehr konzentriert. Klar gehören diese zwei Spiele ein bisschen zur Zielsetzung dieses Jahres. Wir haben das sicher auch thematisiert. Aber die Mannschaft hat von sich aus immer gesagt, wir wollen diese Chance packen. Von dem her eine hohe Motivation, grosse Vorfreude. Ich bin überzeugt, dass die Spieler morgen auf dem Platz ihre Leistung abrufen. Es wird ein enges Spiel, aber wir sind überzeugt, dass wir es schaffen können. Ich bin überzeugt, dass die Spieler morgen auf dem Platz ihre Leistung abrufen. Was ist das? Es ist ein schweres Spiel. Es ist die Champions League, also war es schon schwer für den ersten Spiel. Und morgen, ja, wir wissen, wo wir gehen wollen, wie wir gehen wollen. Aber ich denke, dass Zagreb das gleiche ist wie wir. Sie werden morgen die Chance nehmen. Es wird also ein grosses Spiel sein, aber wir sind bereit. Der Verein hat letztes Jahr grosses geschafft mit dem Schweizer Meistertitel. Und der nächste Schritt muss sein, sowohl national sich weiterhin oben zu festigen, aber international auch eine Stufe nach oben kommen. Die letzten Jahre war man in der Europa League vertreten. Die Champions League ist ein Traum. Die Champions League 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 Untertitelung des ZDF, 2020